Ich war jung, naiv. Der Krieg brach wie aus dem Nichts über uns herein. Vom König hatte niemand etwas gehört. Das Land war wehrlos. Das Volk wurde wie Vieh abgeschlachtet. Unsere Häuser niedergebrannt. Die Barone näherten sich mit mörderischer Hass. Und dann kamen sie zu uns. Die Bürger bereiteten sich vor, als hätten sie eine Chance. Mein Herr sah zu, wartete auf das Unausweichliche. Ich wusste, dass die Schlacht für ihn verloren war. Doch für mich hatte sie eben erst begonnen. Eine Zeit der ewigen Kämpfe, in der nur Ambition bestehen kann. Baut eure Burg mit Bedacht. ARNIKUS Vielen Dank.